Hallo, herzlich willkommen. Wie ihr wisst, hatten wir eine Tombola gemacht, und zwar auf der... Wer für 20 Euro einkauft, hat die Möglichkeit, ein 50 Euro-Budget für Saturn zu geben. Zudem gibt es noch ein paar Produkte von uns. Vier Leute haben die Möglichkeit, heute zu gewinnen. Drei weitere kriegen einen Trostpreis von uns, und nochmal drei bekommen von der Stadtverleitung einen Trostpreis. Wir begrüßen den Bürgermeister Rudiger Eisenbrand. Er wird heute die Lotte-Vision hier durchführen. Er ist die Glückshilfe für die Menschen in Apolda. Zdravijte, prijatelie. Wie ihr wisst, haben wir über 30 Euro-Budget für 20 Euro-Budget für unsere Tom-Budget, das ist auf 30 Euro-Budget. Wie ihr wisst, sind wir schon hier. Und wir sind bereit für 4 Leute, mit einem 1 Euro für 50 Euro für Saturn, plus Produkte von uns, weil wir 3 Euro-Budget bekommen, und 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 8 Euro-Budget bekommen, für die sind die Lotte-Vision hier. Also, erste vier Leute, welche nehmen Sie? Ja. Ja. Einmal. Was ist das? So, Todorová Jurdanka. Bitte schön, Herr Wittebohr. Nelly Janková. Janková. Kannst du das zeigen? So, das ist Herr Marin Naumov. Und, Dimitrova cenka. Ok? Das sind unsere Hauptpreise. Chesito na fechelitschite. Möchte, dass Sie auf jeden Fall haben. Da Sie sie in die Garten haben. Keine Uhr arbeiten wir etwa zwei Stunden. Kastro, in der Zeit, in der Zeit. Nein, das sind wir nicht. Ja, aber nicht. So, jetzt sind wir noch drei Leute. Ja. Also, jetzt sind unsere kleine Geschenke. Diana Bankova. Warten Sie bitte. Ach, Quatsch. Bitte schön. Hier bitte, Bohrn. Können Sie lesen? Ich versuch. Nein. Vilikov. 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 Falsch. Keine Ahnung. Es tut mir leid, das ist ein deutscher Name. Das kann ich gar nichts lesen. Falsch. Klopffleisch. Klopffleisch. Ja. Not great. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was ist der Fettel? Levent, Sekiri und Milen. Sie sind Freunde von mir. Deswegen nicht lange. Okay. Danke. Danke allen einen guten Rutsch. Und ein gesundes neues Jahr 2020. Danke schön Herr Eisenbrandt, dass Sie hier heute sind. Und noch einmal alles. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Ihnen auch einen guten Rutsch. Tschüss. Und gesundes Neils. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.